Eigentlich schon. Oh, ich müsste es auch gemacht, wo ich was geguckt hatte. Lass sie jetzt einfach an. Ich will mal eben was gucken, ob man die... Ja, du guckst ja, probierst ja noch einfach was. Oder so. Ich will grad mal was ausprobieren, ob ich die Dinger auch mache. Oh, jetzt leckt er so in dieser Welt. Was alles generieren muss. Oh. Ich hab da dieses, ja dieses Feld, was ich auch hab, hab ich da genau vorgebaut. Okay. Selbst wenn Black die Duschen würde sehen... Sehen würde, dachte ich hätte einen Schaden. Oh, jetzt hat sich das Ding auch noch gewechselt. Warte mal. Konnte man nicht mit der Ranch auch noch Holz drehen? Ja. Oh, ihr verfickten Zombies verpisst euch. Na. Denn du hast nicht solche Wörter, ja? Oh nein. Geht das? Klein-Mini-Zombie. Ach. Und die halten eh nicht viel aus. Ja, du scheißt Skelett, wenn du näherst. Bippa. Bist du da irgendwie hier? Was ist das noch? Skelett. Ich steigert keine Temperatur drin. Autsch. Oh ja. Oh. Bist du hässlich? Hau ab. Ach nee. Komm, mach ein Spiel mit mir. Ja. 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 Ich hab' eine ganze Textnachricht hier. Ah. Ich bin schon totes. Wie viel Prozent? Oh, ich hab' eine Spinn. Alter. Geh mal schlafen gehen? Nein. Kann ich nicht. Ich würde lieben, gern schlafen gehen. Das ist aber nöp. Geht nicht. 825 jetzt. Ich hab' ein bisschen Nerven die Fischer grad. Ach. Kann man gar nicht drinnen, blick. 1. 2. Nö. Auf Kisten kannst du auf jeden Fall drinnen. Das weiß ich, ja. 4. 5. 5. Dafür brauchst du noch nen anderen. 6. 7. 1. Scheiß, Skelett. Geh mir nicht auf die Nerven, ehrlich. Sound aus. Hä? Sound aus. Nein, wenn das hier mal auf mich schießt die ganze Zeit. Ich mach die Schwierigkeitsstücke runter. Nein! Oh, diese scheiß Plattenidee, die er aufgestellt hat, ey. Zwei reicht doch. Acht. Und dann mal ein bisschen ausleuchten. Zehn. Warum packt das grad so ein bisschen rum den Boden? Also, dass ich wieder da durchgucken kann, so ein bisschen. Hallo Creeper. Sechs. Hallo. Du musst auch noch sterben. Acht. Und zehn, so, da ist schon mal die drin. So. Meine EP. So, gleich will sie Spaß haben. Nee, Flash braucht richtig viel Dampf hier. 112 Energie. Warum will ich schon wieder Spaß haben? Spaß haben. Ja, ich muss mich gleich, mein Spaß bezieht sich gleich darauf auch, dass ich hier mir oben beeilen muss. Musst du den Tank erst, ey. XP-Tank hab ich nicht jetzt denn getan. Ah, der kommt jetzt, ähm, der wird gleich oben passieren. So. Wie viele Level das denn? Neun. Ja, was willst du mit neun? Ich wollte die grad nur noch reinschmeißen. Nein, keine Zeit. Wird alles oben passieren. Ich muss mich nicht immer ein. Alle Tanks, die wir haben, sind voll. Richtig. Irgendwider. Oh, hier ist's. Die auf jeden Fall, äh, ich glaube, alle hier sind. Äh, vielleicht ein Hammer. Naja, stecken wir ja in die Hose rein oder so. Hahaha. Was macht ihr hier eigentlich? Ich bin unten, ne? Ich brauchst natürlich so einen Schuss-Milzer. Äh, kannst du aber den noch nach oben gehen, ich muss den noch nach oben. Viel Spaß, ich muss da oben. Ach ja. Äh, das geht ab. Äh, alles klar. Na komm. Dankeschön. Ähm, hast du noch Kaktus? Kackack-Kaktus? Ja, unten. Kack-Kaktus. Müssen wir ein bisschen anpflanzen, ich brauch nämlich Kaktus. Kaktus. Ähm. Weil ich das mit dem Flood-Deep-Pipes sowieso nicht kapiere, weil ich's blöd bin. Ja. Das bist du. So. Mhm. Ja. 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 Und rot. Und rot. Tschüss. Und rot. Ja. 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 damit ich für Wasser. Genau. Guck da. Ich hab null Ahnung davon. Ich hab null Ahnung davon. Ich hab null Ahnung davon. Vier. Drei. Vier. Vier. wieder vier dazu neun größer hier zwischen uns so könnte man es eigentlich black ist wieder aufgetaucht auf der karte verschwind ich auch auf der karte ja den konnte ich nicht sehen was hast du jetzt schon wieder dass unsichtbar bist kann gerade nicht kann gerade nicht direkt unter dir na hand auf ja auch verreckt als zombie kannst du da bitte weggehen ja weg mann musst du noch paar tanks hinsetzen Nein, ich find das grad nicht geil, ich bin nur am Uppetzen wegen dem scheiß Kack da oben, das nervt mich gerade Black wird grad wieder unproduktiv Black, ich brauch ein bisschen Kaktus Kaktus Green Ich hab hier unten noch Kaktus Green Ein Stack, ne? Minimum Warte, warte, warte Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Okay, ich hab noch ein bisschen Zeit Eins Ne, reicht nicht Das Problem ist da oben, ich muss nämlich testen, ob dieser Limestone nicht funktioniert, sonst hab ich nämlich ne Arschkarte Bo, ich hab zwei Stacks und acht Unten, okay Tu das mal bitte in dein Inventar rein Zack Und köft dir mal bitte dieses, äh, die Dichtung Zack Wie heißt das? Tut einfach nur das Kaktus-Grün ins Inventar rein Achso Warte Dann kommt die Wildhaft-Dichtung Ah, zwei Stacks Okay, die kannst du einfach in den Inventar rein tun, danach mach ich nämlich Paar Pipes und ich hab Gehirn im Inventar von Zendos Zendos, wie oft verlierst du noch da Gehirn? Herrlich? Gar nicht Gehirnlos, warte Bin ich gehirnlos? Na, das war Hagen, Glas und Copper Ja, dafür Naja, ist egal, ich mach das mit anderen Pipes mit normalen Pipes Ich glaub, ich hab Züge noch will Guck mal hier, das, das fliebende, äh, das fliebende, die fliebende Dichtung hinter dir Oh, du hast dich Hagen, Glas da falls Ja, Alter, voll lustig Ich hab unten auch eins reingetan für dich, ich muss nur noch installieren Da liegen Kannst du den nicht auch installieren? Oh ja, mach ich Oh, du kriegst alles zu Oh, Fluid Ja, ich weiß Zendos, brauchst du nicht um die Pipes kümmern, ne? Doch Mach ich Ich mach jetzt, äh, normale Pipes Leck Bin ich für unten, ich bin unten Ne, der ist wirklich unten Das ist so ein Zombie, hallo Äh Wo ist meine Achso, ich hab dir gegen die Schaufel ausgetauscht Du versuchst mich grad zu hauen, aber kann Ich kann halt gar nicht hinkriegen Oh nein, so dunkel, ich habe Angst im Dunkeln Hallo